Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Auf Frieden Marsch. Wir fahren jetzt weiter und bringen das LKW zum Hof zurück. Die letzte Folge war extrem lang. Hoffentlich war es nicht so langweilig. Eigentlich war es ja nicht. Aber es war von mir nicht geplant so lang zu machen. Fast 14 Minuten war eigentlich zweifelig normalerweise. Ja gut, ich war irgendwie total abgelenkt von den Schweinen. Von der Meldung geschockt, dass wir hier gestorben waren und dass nicht alles fertig war. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir das vorhin halbwegs hinkriegen in der Zeit, die ich mir so vorstelle. So, jetzt geht es weiter. Wir werden eine Strohladung noch rausnehmen. Beziehungsweise werden wir das nicht tun. Wir haben nur zwei LKWs rausgeholt, Ladung, also mit Hänger voll. Sollte hier Platz sein. Wir werden uns mal um die Schweine kümmern. Und zwar in dem Sinne, dass wir die großen Tiere nun im einen Stall haben werden. Und nicht, achso LKW, ja. Und nicht, wie. Da steht das, dass da einige. So, ich muss mal schauen. So. Wir fahren dann mal zum Anhänger für die Tiere. Und dann fahren wir zum ersten Stall und suchen uns mal da die großen aus. Und erst mal glaube ich keine großen. Aber das werden wir kontrollieren. Und wenn wir da keine gefunden haben, fahren wir das gut. Dann fahren wir zum zweiten. Und da keine finden es auch gut. Und zum dritten das gleiche. Ansonsten fahren wir gleich von hier in den nächsten Ferkel Richtung Saunschall. Um auch leer zu machen, ne. Ja, das ist... Man kann auch hier nicht sehen, ob wir hier drin sind oder nicht drin sind. Das ist immer ganz blöd. Aber gut. So leben, ne. So leben, ne. Kontrolle machen. Das bestätigen, da war nicht vergessen. Tiere, Stern am Anhänger. Das ist, äh... Ja, da werden sie halt nicht versorgt, ne. Gut nachts ist nicht so warm, aber tagsüber. Und Sommer ist schon mal extrem, ne. Ist ja alles Blech. So. Auf zum Schweinestall. Das heißt, äh, hier vorne ist Bleitplanke. Müssen wir irgendwie rumkommen. Erstmal zum ersten Stall fahren. Der erste und dann den zweiten. Fahre mal rückwärts ran. Hier wollen wir ein bisschen terrafort machen, sobald wir mehr Geld übrig haben. Das haben wir aktuell nicht. So. Jetzt schauen wir uns die Tiere an, die wir übrigen wollen. 1,4 Kilo, das sind alles Ferkel, die nicht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das passt. Jetzt muss ich noch schön den Wasserhänger wegnehmen. Naja, oder was soll's? Den stellen wir hier auf den Weg. Entschuldigung. Dann habe ich hier meinen Countdown-Sailer wieder angemacht. Was ich dann total... Das habe ich nicht mitbekommen, wenn die Zeit vergeht, ne. Also... So. So. Jetzt werden wir den zweiten Stall ran fahren. Man kann ja auch nicht erkennen, ob das große Tiere oder kleine Tiere sind. So. Das ist ja auch ein bisschen blöd. In Anführungszeichen. Beziehungsweise die Anzahl müsste auch unterschiedlich sein. Das... Du bekommst ja normalerweise mehr Ferkel rauf wie große Tiere, ne. Also... So. Schauen wir mal. 12 Kilo. 13, 13, 21. Das passt alles. Hier, da haben wir schon zwei. Ne, 19. Das ist die Nummer. Das ist die Anzahl. 19, 19. Ah, ich habe mich durcheinander gebracht. Na, dann passt das doch. 20 Kilo. Gut. Da haben wir nichts verkehrt gemacht. Nur wurde richtig gelesen. Aber ja, gut. Wir werden hier nochmal prüfen, ne. Ich glaube, heute ist die Erntefälle für... Gehopfen. Glaube ich. Ich weiß nicht genau. Wie sieht es hier aus. 0,1. Wie passt auch. Dann fahren wir zum großen Stall. Gucken wir mal, ob da wieder Ferkel sind. Und schon mal dabei sind, ne. Dann haben wir drei. Dann müssen wir sehen, ob wir die großen Sauen und Tiere reduzieren. Sonst... Obwohl, ne. Man kann ja immer nutzen, ne. Ich habe im Frühjahr richtig viel Geld. So, dann können wir wieder auf Geschwindigkeit normal gehen. Äh, 30. Für die Nacht. Dann müssen wir den Dunkeln überstehen. Ich hatte nur mit langsam gemacht, wegen der Tiere. Futter haben sie jetzt ja. Schauen wir hier, ob die hier auch ansprechen. So, 6 Kilo. Also, wir haben wieder wieder. 6 Kilo, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7. Okay, und bestätigen. Jetzt ist der Anhänger voll. Und jetzt fahren wir die entsprechend rüber vom Stall. Und da müssen wir es auch wieder verschieben. Also, ja. Oh, Gramm! Mit LKW ja nicht so gut. Vollbremsung! was ich da für einen stuhl habe wenn entsprechend alles festgeschraubt ist und wer das glaube ich alles verrutscht nicht reinfahren in die Rüben die wollen wir auch noch ernten könnt ihr die Maschinen hören ich glaube ich nicht ist auch ein Spiel zu Spiel verschieden das wird nicht sehen so er erschienen und bestätigen die nächsten Tiere holen das ist der Wahnsinn obwohl welche gestorben sind irgendwas trinken und Durst da muss er mal hell werden als Herbst der Herbst ja gut langsam wird aber hell das ist ja eine Katastrophe hier die Dunkelheit hier haben wir vorbeigefahren na da doch nicht aber jetzt fahren wir hier rein das ist ja 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 so schau mal 6 kg haben wir überhaupt noch alte schweih dabei sieht nicht so aus, ne? alt, erst ja ganz wenige oh da hatte ich einfach die Tiere die sind 2,5 kg und da sind auch noch welche dabei welcher Stahl ist welcher Stahl, weiß ich nicht genau das ist eine gute Frage fahren wir erstmal Richtung Stahl geht mein Plan nicht so auf muss ich mal schauen, wo die Tiere bleiben oder lösen sich meine alten Tiere auf ich weiß auch nicht, keine Ahnung ich hatte an die Frau nur Ferkel in mir hin zu schieben also keine Alttiere die sind ja ein Jahr alt oder so nicht mal, doch ungefähr ein Jahr es wird langsam hell, so können wir noch mal gehen auf 5 wir haben das länger gemacht mit 30 ist auch ok, wir haben auch nachts entsprechend längere Zeit auch 5 gespielt so wir müssen mal schauen hier, dass wir das gucken hier mal die sind nur Ferkel dabei jetzt sind die Zahl getäuscht, ne? halt auch, ja nur Ferkel gut Kontrolle 73 hier bestimmt ältere Tiere bei muss ich mal schauen das heißt, hier fahren auch mal am ersten Fall ran, ne? irgendwo muss die Tiere sein wenn sie am ersten nur 40 sind das kann sein die Zahl ja nicht und bei der kann die Tiere so nicht erkennen die muss immer mit dem Anhänger ran fahren so so gut das ist schon mal klar das ist ein schwerer Dings 167 Kilo das ist schon mal klar das ist schon mal komisch ich hatte eigentlich mir erinnert, dass ich keine großen Tiere hergefahren habe aber gut kann auch was verkehrt machen, das kann passieren schauen wir mal, wenn es trocken wird und dann mal schauen, ob wir was ernten müssen zumindestens wir haben ja an sich ein paar Tage Zeit, ne? also ist ja nicht so, dass wir gleich anfangen müssen aber ich hätte es gerne fertig, ne? denn wenn der Regen kommt, ist schlecht so dann werden wir hier mal die die großen hier zurückbringen ja das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen dann sag ich immer mal wir machen gleich weiter ja, ne? bis dann, ne? und hören Sie sich in der nächsten Folge wenn ihr möchtet, ne? müsst ja nicht, ne? Tschüss!